Uhuhuhu, Schatzi. Unsere Freunde, die Tauben, hä? Uhuhuhu, da hast du. Uhuhuhu, ich werd' einmal mit. Uhuhuhu, ich auch. Uhuhuhu, ohne Hose. Uhuhuhu, ja die brauch ich für die Beine. Ja, das Klärchen. Mutter hieß Clara. Ja, das Klärchen, haben wir immer gesagt. Da hat sie sich immer geärgert. Ja, ja, da sagt sie immer zum Herbert. Moment bitte, der Herbert, der Stiefvater, weißt du, der sagte dann auch immer Klärchen. Und das hat sie immer sehr geärgert. Warum? Ich wüsste auch nicht. Ich will die Klärchen und nicht das Klärchen, sagt sie immer. Naja. 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 Aber, wie gesagt, ich hab' jetzt vor, von den Onkels das da, wie gesagt, mal etwas mitzuspielen. Ja. Mach's ja ganz laut. Okay. Oki doki. Oki doki. Oki. 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 Du. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind noch lange, noch lange, keine Freunde Wir sind noch lange, nicht zuhause Es ist so cool! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind noch lange, noch lange, keine Freunde Wir sind noch lange, nicht zuhause Danke für mich, nicht zuhause Danke für mich, danke für mich 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 Nochmal Ja, ich versuche halt, dabei auch andere Wege zu finden und nicht das nachzuspielen, weißt du, wie es die alle machen. Jeder hat seinen eigenen Stil, gell? Also, noch einmal. Danke für dich. Ja, ich versuche halt, dabei auch andere Wege zu finden. Ja, ich versuche halt, dabei auch andere Wege zu finden. Ja, ich versuche halt, dabei auch andere Wege zu finden. Ja, ich versuche halt, dabei auch andere Wege zu finden. Danke für dich, du bist hier nicht zu hassen. Danke für dich, danke für dich. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020